Wir müssen höher rauf, genauer gesagt in den Kontrollraum, da oben. Hey, diese Uniformen haben Thermaldetonatoren. Ob wir das Ding damit ausschalten können? Okay, das ist ein Block, das ist ein Problem. Das ist die Funktion, das ist ein Problem. Komm! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, hallo! Was kann ich heute für euch... Er sagt, er hat die Hauptsteuerung für den Energiestrahl gefunden, der das Schiff festhält. Ich muss alleine gehen. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Die Prinzessin, sie ist hier. Prinzessin? Ich fürchte, ihre Exekution ist schon geplant. Doch, wir müssen etwas unternehmen. Wir sehen uns beim Schiff. Du, liebe Güte. Alle Läfte und Haupttüren sind außer Betrieb, bis die Eindringlinge gefunden wurden. Du bist unser Gefangener und wir bringen dich in den Inhaftierungsblock. Kapiert? Weil wir die Prinzessin retten müssen. Darum. Der Helm passt mehr als an sie. Der wird wieder mal in den Augen. Hier gibt's nichts zu sehen. Wir bringen nur diesen Rookie in seine Zelle. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das die gesuchten Droiden waren. Direkt vor unserer Nase. Jetzt hör schon auf. Wir bringen den Straßputzdienst. Wir sollten das dieser Trieb weiter. Äh, warum habe ich ihn bloß durchgelassen? Miese imperiale Technik. Funktioniert nie so, wie sie soll. Findet die Eindringlinge. Die Eindringlinge. Alle Läfte sind gesperrt, bis wir sie gefunden haben. Und der Typ sucht. Und wir sind in die automatischen Mission unterwegs. Hahahaha. Sie ist ein dämlicher Rebell. Hat Vader den Typ mit der Macht hochgehoben? Ja. Das ist so cool. Sucht weiter. Endlich. Lös mich mal eben ab. Ich muss kurz wohin. Äh, Pause machen. Einfach immer weiter vor den Eindringlingen. Warnet uns. Wir müssen die Truppen irgendwie dazu bringen, dass sie die Suche einstellen sollen. Auf uns werden sie kaum hören. Die Truppen! Geh! Ah! Hup! Ah! 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 Steady! Ah! Ah! Das wird nie funktionieren. Die Eindringlinge wurden gefunden. Und werden dafür bestraft, dass sie es gewagt haben, unser Dings hier zu betreten. Ihr könnt also alle wieder die Lifte benutzen. Ihr habt Lord Vader gehört. Schaltet die Lifte wieder ein. Die Turbolifte fahrt wieder. Schnell in die Kantine, bevor Ihnen wieder der Nachtisch ausgeht. Unglaublich, dass das funktioniert hat. Ha, so sagst es. Vielleicht sollte ich Schauspieler werden. Damit kommen wir direkt in den Inhaftierungsblock. Stimmt's, Chewy? Gefangenenüberführung von Zellblock 1138. Was? Wer ist das? Ah, er ist ein echt fieser Wookie, Sir. Reißt gerne Arme aus. Der gehört dringend hinter Gitter. Von einer Überführung ist mir nichts bekannt. Nichts? Tja, wir können ihn auch freilassen und er reißt euch die Arme aus, wenn ihr das wollt. Na schön, feilt euch. Öffnet den Inhaftierungsblock und sperrt den Wookie ein. Das war der Lichtschalter, falls du es nicht bemerkt hast. Nicht die Steuerung für den Inhaftierungsblock. Das sind die Eisenringlinge. Angriff! Vorsicht, er hat sich losgerissen! Humm ... Hörst uns, es verreifen! Verlassen wir dir! Superlächte! Hallo? Wir haben alles unter Kontrolle. Situation normal. Was ist passiert? Eine unbedeutende Waffenfunktionsstörung. Aber es ist wieder alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Also wie gewohnt. Vielen Dank. Und wie geht's bei euch? Wir schicken eine Streife. Negativ, negativ. Wir haben ein Reaktor-Leck hier. Gebt uns ein paar Minuten, um das wieder hinzukriegen. Ein sehr großes Leck. Sehr gefährlich. Wer spricht dort? Nenn uns deine Dienstnummer. Meine Dienstnummer ist... 2464. Genau. 2464. 2464? Das ist meine Dienstnummer. Nimmst du mich etwa auf den Arm, Kumpel? Bist du etwa ein Spion? Etwa von den Rebellen? Ich sollte nicht... Nein, nein, nein. Ich versichere. Ich bin kein Spion. Ich glaub dir kein Wort. Ich frage ein letztes Mal. Wie lauten dein Name und deine Dienstnummer? Äh... Hier spricht der Hausmeister. Braucht ihr neue Handtücher? Was ist los da oben? Ich stelle sofort einen Druck zusammen und komm uns ruhig rauf. Wir gucken uns doch mal was hier! Nein, nein. Wir bringen ihm die Handtücher aufs Zimmer. Kein Grund zur... Hallo? Ich Inte m olsun! Fahrrad! Eher schön! Wach fröhren junge, ihr sollt. Hier istouting ein Fauch! PWoww! Das ist wichtig ist Zingr Telefone. Dann fallen Sie! Hierzu flest processing es. Weil du schon mal. Das ist wichtig. Neu której Estamos ja nicht alle! M защit Das war's. Das war's. Was für einen betörenden Geruch ihr entdeckt habt. Es könnte schlimmer sein. Es ist ein Schlimmer. 3PO! Schäuze dich, 3PO! 3PO! Wo steckt der nur? Achtung! Was ist das? Schießt ihm ins Auge! Schäuze dich, 3PO! Schäuze dich, 3PO! Auf alle Fälle werden wir bald sehr viel dünnig sein. Es wird noch schlimmer. Die Wände bewegen sich wieder. Was macht er? Hey! Passt auf! Vorsicht! Die Wände bewegen sich wieder. Ein PO! Denn alle Müll fressen auf der Energiewende ab! Ein PO! Hörst du mich? Hey! Passt gefälligst ein bisschen auf da oben! Wir müssen Tiersenkastler aus dem Wände bewegen. Wo sind sie? Das Sprechgerät? Oschek, ich hatte es abgeschaltet. Verwünscht sei meine Blechhülle, mein Armer. Ein PO! Uns geht's gut! Hey! Hey, was ist die Druckluke auf? Einheitnummer! 3, 26, 3, 8, 2, 7! Auf den Sternenseiten! Erzroh! Warte auf mich! Die neue VT-16 ist ne Wucht? Ja! Verzeih die Störung, aber er... Was war das? Ach, nichts weiter. Sicher wieder so ne Übung. Kommt, Freunde. Wir müssen schnell sein. Und leise. Also ehrlich, ich... Erzroh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020